so hallo liebe kinder wir spielen jetzt hier noch mal anna londo ich muss kurz stehen bleiben weil dieser scheiße mir nachläuft wir sind bei in anolondo und spielen gerade gegen ornstein und smog jetzt noch nicht erst mal machen wir diese laufen hier fertig und suchen mit so möglich aber sie sagen wollte das mal jetzt auch ist mir wurscht ich mache dieses große tor auf weil dann können wir diese sonnenarschgeige feuer tussi holen zehn esslustler kurs nehmen und zu ornstein gehen ja ja wir müssen nur nämlich zwei centrales blatt machen und ein gargolet ja das macht schon sinn denke mal was ich mache das jetzt ich werde zwar sterben dabei aber hauptsache die fucking tür ist offen ich glaube ich dass es nicht gedacht ist dass wir den mit fünf esslustler kurs schaffen ich hätte fast geschafft er du warst echt gut Was ist denn nütz für ein Scheiß hier? Ja, guck mal. Hast du gesehen? Wie mein Step nicht funktioniert hat, aber... Ja, war alles gut. So hast du es geschafft. So, es wird schon umkommen. Hol doch dein scheiß Schwert aus, du Affel. Ja... Gib mir nur einen. Ich wüsste es nicht. Ja, ist gut. Hast du recht. Pass auf, jetzt ist es nämlich der Scheiß, wo ich gesagt habe. Wir müssen irgendwie... Ich weiß nicht, ob es geht, wie ich weiß, ob es geht. Und dass ich vor dem Scheiß Tor stehe und dann geht es nicht auf. Ach so geht er auf. Der ist da, links, weißt du meinst? Ja, das geht auf. Okay, und dann haben wir praktisch... Dann müssen wir nur die Weichen drehen. Also ich glaube, direkt zu dem Scheiß-Fucking-Tor. Ja, mach das. Einfach rollen. Was? Hm. Oh mein Gott, das habe ich befürchtet. Genau die Scheiße habe ich mich befürchtet. Ja. Dass es nicht aufgeht. Upsi. Dann geht es in den Nebel. Lauf, 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 lauf. Ab zum Nebel. So, und Stein und Smaug. Viel Spaß. Ich wünsche auch viel Glück und was heiß. Ich weiß nicht, wie soll ich dir noch vorgehen gegen die Arschlöcher? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, erstmal den Smaug machen. Ich spiele zum ersten Mal gegen die Wichser. Der ist der Schnellriffenbein. Genau. Den musst du halt parieren. Ja, geht doch. Ja, aber... Jetzt kommt der fiese Fettsack. Ja. Schau mal. Das meine ich mich. Wie denn? Ich habe einen Tag für dich gebraucht. Viel Spaß. Oh. Heilen. Der ist halt der Aggressivere, ja. Der ist halt schnell und aggressiv. Das heißt, du musst hier auseinander locken. Ja. Schau. 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 Schau mal seinen Schaden an. Ja, ich weiß. Halt du Scheiße. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss. Ich muss. Halt. Halt da. Ah, jetzt komm schon. Wir sind doch an. Ja. Ja, er... Wir mich verfolgt. Sein Blitz. Ja, genau. Und jetzt stehen sie am Start. Beide. Weil es ist bitte nix, wenn wir beide gleich beschießen. Weil wenn einer tot ist, hat der andere volle Energie. Wie? Wie bitteschön? Hat es gemacht? Na, wie? Oh Gott. So was von keinen Sinn. Er sagt sowas. Guck mal, ich bin überhaupt nicht. Ich kann nicht mal laufen. Ah, ich bin aber auch ein Idiot. Ich hab die ganze Zeit Ding. Ja. Schild, warum sagst du mir das nicht, wenn du das siehst? Hm? Schild zum Abwehr, ich weiß noch was. Ne, Schild brauche ich überhaupt nicht zum Abwehr. Bei den zwei holen sie rein. Doch, genau. Ja. Oh shit, war das glattlack. Oh mein Gott. Willkommen meine Welt? Bitch, please! Alter. Ja, hab an zu fliegen. Ja. Ja. Du fotz. Dich, mein nur kalt. Oh Gott. Ich hab dich kalt gemacht, du scheiße. Nee. Ja, echt? Einen scheiß hab ich kalt gemacht. Uh. Das is what they said. Und das bin ich gestorben. Willkommen meine ist. Ja, jetzt sind wir vorbei. Ich bin halt ein One-Hit. Ja? Ich bin One-Hit. Ja? Du warst die One-Hit. Du hast nur zwei. Ich hab schon zwei. Schatz, hör mal in der Gieren. Kennen Sie den schon? Viel Spaß. Ah. Na-Kampf-Power! Gib ihn! Na ja, der Schade ist gut. Ich mach's hier bei dem Golem. Ja, versuch auf diese Kanten. Na-Kampf-Power! Nein, 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 nein! Doch! Na klar, Nack-Power. Oh shit! Ja, genau. Das ist eine Aoi. Genau. Du weißt was er kann. Mit seiner Aoi kann er mich mal am Ass-Lacking. Ich mach's wie beim anderen. Na-Kampf-Power! Ich bin tot. Egal, du machst es wieder. Echt? Ja, wie bei diesem Eisen Golem. Na-Kampf-Sparring. Und zwei Hand und dann klatschst du locker weg! Locker! 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 Ja, das ist... Man muss ihn genug Feucht machen und dann... Das ist meistens bei allem so. Wer kennt's nicht? Mit der richtigen Weichheit? Absolut! Das ist interessant. Der mich und ich haben einen völlig unterschiedlichen Dark Souls-Kampf-Stile. Ich nehme für solche Mongos... Da wo es jetzt hinläuft... Warte, da auf den Arsch! Jeder Schlag, den er kassiert, ist mit dem Arsch! Weil ein Weg schwirrt, weißt du? Ja! Der Mongo ist hier! Alter! Warte! Geradeaus! Linke Tür! Linke! Da rein! Und da an! Also ich nehme immer Schild her, wie diese Mongos, wie die kleinen Mongos! Und er... Genau! Das weißt du gerade das andere an! Oh, der war zu Katastenskassiert! Ja, ich habe hier alles! Ich habe hier alles! Das ist ja auch gewährt, tatsächlich! Hat er hier einen... Hoch! Vergiss nicht, den Typ links als Erster zu töten! Nicht wieder auf den Typen rauf! Sonst kriegst du von zwei Seiten! Den da! Als Erster! Wenn du von hinten steppst! Das ist ein One-Hit! Oder so! So, jetzt ihn! Und da geht die Scheiße los wieder, liebe Kinder! Puh! Okay! Warum das... Warum man die Steppen verstehe ich auch nicht? Aber... Ich weiß... Du brauchst auf jeden Fall in Reach! So! Liebe Kinder! Gebt Fein Acht! Lies der Big Fliechenbank! Lies der Mini... Der Mini... Nein! Mini? Der Michi? Mini! Was habe ich wohl genau gesagt? Nein! Bestimmt nichts! Auf keinen Fall an seinen Venus! Hm... Was tut er? What in the hell of Jesus? Ich habe mir gedacht... Ich habe mir gedacht... Dass da oben auch noch so ein... Ampussarschgesicht ist... So! Und Stein und Smaug die sechste! Alle? Boah! Alle! Wie dich dieser Hurensohn gleich mal begrüßt mit einer Schelle! Welchen denn? Die Hurensohn? Welche sie? Wo sie die Hurensohn... Schmisschen... Für Daxos sind wirklich... Mit drei Garten... Alle zu richtig... Wir spielen Leute, die einfach kein Leben mehr haben. Wie wir. Hä? Warum geh wir jetzt? Ich checke. Ich glaube nicht, dass du vor denen irgendwas abgehst. Nichts. Du darfst wieder. Das einzige, was mich... Oh shit. Ich checke. Willst du nochmal? Ja. Bitte. Das einzige, was nicht unzustimmen bei dem Ganzen ist, dass wir mit unserer scheiß Hellbade ordentlich Schaden machen. Muss man mal so sagen. Also wir machen ordentlich Schaden. Für das, was dem Boss gegen ist, machen wir wirklich... Also wir teilen ordentlich aus. Aber die zwei... Das sind solche verfickten Licks, ja? Also das Schlimmste ist wirklich... Die sagen alle, das Ekelhafteste ist, den Fetten zu töten. Wenn du ihn aber hast, ist der Dünne lächerlich. Wirklich lächerlich. Das Problem ist, dass der Dünne... Die ganze am Sack geht. Du kommst an den Dicken eigentlich gleich ran. Und wenn du an den Dinkern kommst, dann gibt der so eine Schelde, dass du eigentlich nackstierst. Und der Kleine schießt die ganze rüber. Wenn du mit dem Kleinen... Den Kleinen aber packst, dann kriegt er die Fette die Energie vom Kleinen. Und dann ist der Fette eigentlich schon ziemlich heftig. Vor allem in der Ulti, wo er uns schon sehr oft... Die machte, wo wir praktisch in einem Schlag schon eigentlich fast nicht sterben. ... ... ... Der hat mir auch recht. Fuck! Ja, ich will aber nicht zählen haben Okay Ja Ja Ja, weil ich erstmal die Szene retten will Ich mach das nicht mehr Ich spiel das nur mal Ich spiel es einfach nur 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 Und für's Parieren Nee Da habe ich einfach keine Reaktion dafür Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jeder hat sein eigenes Weg, tue ich nicht. Komm, komm her. Ich brauche nicht euer Mitleid. Ich kann gerade nicht, sorry. Ich kenn mich gar nicht selber aus. Okay, hol, 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 ich muss weg, ich muss weg. Hä, ich hab doch alles gemacht. Achso, der wurde mischt, okay. Sorry, ich hab keine Ahnung was gemacht. Ach, ich bin gestorben. Achso, ich finde es toll, dass du unser Publikum trotzdem weiter belaberst. Hm. So, du bist hier gestorben? Ja. Hast du vorhin einen Strich gemacht? Nein, mach zwei einfach. Mach zwei, okay. Ja, mach zwei. So. Hey, wir haben eine Seite voll. Ja, guck, war ja klar. Wir machen das zweite Mal. So, fangen wir mal an. Hui. Aber was mir sehr gefällt, ist jetzt, mich hieß Hass auf Ornstein und Smaug. Sag, er zieht jetzt durch. Er will, er will die zwei klatschen. Er wills. Hast du einen von meinen gespielt? Nein. Ja. Switch. Nee, die geschieht ja hier. Die sind aber auch echt so ein Mandofuck, die zwei, ne? Ja. Also, das ist wirklich... Hä? Ich checke es einfach nicht. Ich mache auf Blocken und es zählt einfach nicht. Es zählt einfach nicht. Wo sie leisten, wo sie ist weg. Auch solche Dinge. Die kosten nur 99 Cent. Die da kosten 2 Euro irgendwas. Aber trotzdem... Das ist ja wirklich Geschmack. Nicht nur... Irgendwie... Wasser. Und dann später mal guck mal Geschmacks. Und dann ist ja... So lecker. Die haben einen ganzen Tag. Miki. Das ist auch die Kontrolle hier. Du darfst mal lutschen. Lutschen, nicht abbeißen. cuping, nicht abbeißen. Das ist ja egal. Das ist ja egal. Du darfst mal einfach aber nicht abbeißen. Yep. Das ist ja egal. Deine Abwechslung. Die hat. Die hat. Die hat. All right. Yeah. I can't. I can't. Oh, it's stopped. No, I can't. Okay, wait. Just a question. Does it make sense, Rift against Agility to exchange? No. Not? Okay. Okay, also wir sind also eigentlich gut aufgestellt. Aha. So, okay, dann versuche ich es nochmal. Ich glaube aber, dass ich genau das selbe Schicksal ereilen werde, oder mich ereilen wird. Und die Frage ist, sind wir mit dem Drachenschwert erfolgreicher als mit der Helmbarde? Das will ich nicht sagen. Nicht? Nein. Komm ich noch nicht. Scheiße, ich hasse es, wer das tut. Nein. Ich hasse, wer das tut. Hm. So. So. Es ist und zwar hier. Linke Tür. Oh Gott, ich hab schon einmal auf die Presse bekommen, das ist nicht gut. Den müsste ich jetzt eigentlich so one tappen, das wäre jetzt geil. Ja. Er weiß nicht, wenn du leider kurz guckst, und er hat mir eine gesch- in die Tür gewesen, und er, ich schelle dich durch die Wand durch. So. Das hasse ich, Mann. Wenn's. Wenn's nicht funktioniert. Ja. Ja, jetzt, Alter. Ja, normalerweise, wenn er vorbeiläuft, der ist aber getriggert, dann ist das ein Problem. Das ist halt so ein Ding, so. Ach, Scheiße. Oh. Alter. Nein. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hab was Geistes gemacht. Ich bin jetzt schon am Arsch. Ich hab jetzt schon eigentlich alles verloren. Ich hab jetzt zweimal heilen. Ich muss jetzt gegen diese zwei Arschlöcher kämpfen. Oh, mein. So. Das Schild kann man einpacken. Ich glaub, dass wir eventuell zu fett sind für die zweite. Uiuiuiui. Das war knapp. Das war knapp. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt diese eine Oberarschgesicht. Angeschissen, werd mal. Ach, du Scheiße. Äh. Äh. Bitte was? Lasst mich doch erstmal ankommen hier. Die hässlichen Vögel, Alter. Die hässlichen Vögel. Er schickt den fetten vor. Ja, genau. Guck, ich hab ihn noch nicht mal getroffen. Einen von den zwei. Motherfucker. Ja. Ja, ich bin hier. Was ist denn los? Ich glaub, wir beide sind schon zu besuchen. Nein, nein, nein. Absolut nicht. Ich schon. Ich geh mir zwar übelst Mühe. Ich nicht. Ich schon. Ich kann nicht mehr. Aber das ist grad hier so ein von... Ich hab nur ein Hit gelandet. Und hab schon drei Estos genommen. Ja, die beiden sind einfach nur... Das ist ja... Die beiden sind aber deine Mutter. Ja. Ja. Und deine Mutter ist halt nur ich. Habst du gesehen? Wie leid. Ich hab's einen Hit. Ein Hit hab ich... Ja. Soll ich? Ne, warte, ich will einmal noch. Ja klar, gerne. Ich hab keinen Stress damit zu. Mein Problem war gerade... Ja. Ich hab gerade schon bei den Rittern verkackt. Die Ritter haben mir schon einige Schelle gegeben. Also man muss wirklich... Man muss die Ritter perfekt machen. Perfekt. Mit perfekt mach ich keinen... Keine Schelle kriegen. Bei denen geht's los. Keine Schelle kriegen. Ich Ritter... Dinger... Perfekt... Muss ich sein. Ich hab auch nicht alle gemacht. Alter, du weißt, der läuft dir nach. Na ja, eine Schelle erwähnt. Schau, das hasse ich. Immer. Wenn ich... Wenn ich die Step nicht bekomme, und dann schlage ich ihn so, dann krieg ich eine Schelle von ihm. Ich schwirr so auf. Dieser eine Hit, was ich bekommen habe. Ich schwirr so auf. Dieser eine Hit, was ich bekommen habe. You know. Ich was viel besseres. Ich zeig dir ein Video anleitest mir. Wirst du lachen, du Scheiße. Ach, ist das? Jedes Mal geht's los. Wir machen wie es... Wir darfst nicht lachen. Und wir haben immer Miene. Okay. Er schaut wie... Angelo Merctel. Schau, er hier. Er, pass auf. Er, Hurensohn, hat mir vorn, Paxi, durch diese Wand einfach mal durchlaufen an eine Schelle gegeben. Pass auf. Schau. Ach. Jetzt kann das nichts. Kannst du nichts? Na doch. Schon wieder. Oh, zerschein. Ich hänge fest. Egal, ich heil mich nicht. Niemals. Nicht für dich, Arschloch. Nicht für dich, Arschloch. Gib. Gib ihm. Ah, du bist gestürmt, du Lach. Gib her. Er war... Er hat eine 180-Grad-Törung gemacht, um mir her zu geben. Er hat dich gefickt. Und eine 180-Grad-Törung. Seit wann machen die das? Seit wann machen die das? Ich bin krass. Ich bin langsam pissed. I'm, I'm sadly pissed. Ich bin's geil. Beste Aufnahme EU. 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 Ja, in der ganzen EU ist das die beste Aufnahme. Du kannst nach einer Aufnahme suchen, aber du willst vielleicht einmal Michi finden. Das tue ich nochmal. Der Michi ist falsch abgebogen. Der Michi ist falsch abgebogen. Der Michi. Der Michi. Der Michi, 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 Michi. Da kommt der Nächste. Da. Oh, der Michi. Der macht aber den hier. Der macht einfach den hier. Weil es dem Michi egal ist. Es guckt Menschen am YouTube. Ey, Michi, wo ist der links abbiegen? Hey, ich bin der größte Nächste. Na, rechts ist einer. Das ist dem, den, 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 den Michi egal. Da drückt er erst mal einen. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Oh Gott. Wehehee. Eh, hee. H raging. Tschau, Hac. Das möchte ich so sagen. Es hieß, der Michi egal ist. Meine liebe Kinder. Ja, es gibt keine Kinder. Es gibt techno Esoil! Ja! Meine Michi! Das wissen aber die viele nicht, alle. Ja weil die einfach auch auf ihr Arsch geblügt sind, ja? Ja? Ich hab mir das alles zerfickt, ey. Alter, Zool kenne Leute, die 80er Jahre Kind sind. Ja, und wer aus den 80ern ist, der hat Aids und Punkt hier. Ich kenn's nicht. Ja, Ghostbusters. Was ist denn geboren? 90, oder? Die alten Filme, wo sie am Dach sind, und dann, was sagt er? Ähm, Catherine, oder wie heißt die Name, von der Tussi so? Und sie, es gibt keine Kette, es gibt nur Zool. 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 Das wissen halt nur, so Ghostbusters, oh! 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 Das wissen halt nur Kinder von 90ern und 80ern. Aber du bist doch ein, oder? Ja, jetzt bist du 94, bin ich dran. 94, scheiße, da war ich neun Jahre und hab schon masturbiert. Du, du hast auf alles... Mit 6 schon masturbiert! Ja, du hast auf alles mögliche angeblich masturbiert. Ja, jetzt hat's, jetzt geht's los. Jetzt kriegt der Michi eine, eine, eine ONS-Analfissur. Das ist sicher, nee. Also diese Folge ist schon fast kriminell. Ich will eigentlich den Typen ficken. Ja, aber warum? Ja, tick ihn. Weil er leichter ist. Dann ficken ihn. Ja, ich versuch's doch gerade. Okay. Nochmal. Nochmal. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Ich weiß gar nicht, was ich mache eigentlich. Ich muss nur noch zweimal hätten. Ja, das ist schon gut für euch. Zwei Mal hätten. Ich kann! Tschau! Nein! Okay. Hau drauf! Ui! Was soll den Sachen gesessen? Ah! Was soll sie treffen? Ja! Bla 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 bla! Ist das so lustig! Mach doch eine eigene Session! Ich sag doch gar nichts! Ich sag doch gar nichts! Für mich ist der was lacht. Ist der fette, gell? Ja, ich weiß. Das ist eigentlich krank. Das ist so warm sein. Warm sein rausgeholt. Aber ich find sie geil. Ja, es ging dann. Alexa, stopp! Ja, wie ich bin tot! Hä? Ja. Schiss. Willst du nochmal? Ja, bitte. Komm! Komm! Du, kein Ding! Die nächsten 15 Stunden Aufnahme, die ich wieder von mir sein wollte, das versuchen werde. Ja, ne. Also, Alexa, die ist noch offen. Aber komm, ich bin noch einmalig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist zwar 30 Minuten her, aber egal. Wir lassen mich weiter probieren. Ja, es macht Spaß. Komm, wir wollen mich hier sehen, wie er scheitert. Oder? Nee, wir wollen nicht sehen, dass er scheitert. Wir wollen nicht siegen sehen. Ha! Der war gut! Ich will nicht siegen sehen. Absolut. Ja, natürlich. Alter, ich feiere dich immer noch wegen einer Gargulze um den Dach. Also, und zwar geil, gell? Genauso wie man mich feiert wegen dem... Du bist wieder falsch abgeboten. Ja, ich weiß. Weil ich zweimal an den Bogenschutz vorbeigelaufen bin. Ja. Sehr schön. Ja, dieses bisschen Energie da, das ist geschenkt gewesen. Hey Michi, ja, ich weiß nicht, ich bin behindert. Nein, na. Du hast hier falsch. Ja, weil irgendwer links gesagt hat. Wieso sagt der eigentlich links die ganze Zeit? Ja, du musst da aus dem Ohr und da. Oh, und jetzt links. Ja, ja, das ist ein Unterschied. Geh doch mal runter, halt dich. Du kannst nicht sagen, hey Michi, du musst links... Halt dich nur unten. Nein, deine Mutter halt sich hier unten, weil sie so brennen hat. Unten vom Sperr was schlucken, ey. Achtung. Ja. Aber warum hat sie unten so brennen vom Sperr? Ja, weil unten sind mehr freier als oben, ey. Deshalb. Weil deine Mutter eine scheiß Hure ist, die einfach ihre Nachricht hat. Ja. Meine Mutter ist eine... Ich hoffe, dass meine Mutter niemals das Video sieht, oder? Ja, deine Mutter kann ich das Video sehen, weil es ja zu blöd sind, wenn sie einfach ihr Handy einschreibt. Ja. Weil... Okay, also jetzt ist wirklich die Weigler wieder da. Ja. Ich fache mir schon den normalen Ritter ab, oder? Ja. Ja, aber... Mach die... Ja, die machen mich auch zum normalen Ritter. Ja, also. Ja, ich hab sie nicht richtig erwischt. Du hast nur noch drei Tränke. Ja. Mach den Strich schon mal. Ja. Mach den Strich schon mal. Mach den Strich schon mal. Ja, schon traurig. Das hab ich schon mal gemacht, ja. Und dann hat aber die Gargoules beim ersten Mal geklatscht. Einfach mal so. Das war geil, gell? Und deshalb, ja, das war absolut, also ich hab dich übelst gefeiert und nachher. Was hast du? Ich bin so arrogant. Schau mal, was sind die Lücken hier? Ach, komm mal, jetzt auch. Der Michi darf nochmal, aber erstmal machen wir eine Aufnahmepause. Weil der Michi, ich weiß, ich kenn den, er braucht nochmal eine. Eine Aufnahme, ja. Bis zum nächsten Mal.